Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Freunde, hier ist wieder euer alter Mann. Es ist heute Donnerstag, der 2. April im krisengeschüttelten Jahr 2020 und ich habe heute ein ganz spezielles Thema und zwar geht es um eine Bundeswehrzeit und in dem Zusammenhang möchte ich heute meine Ausführungen starten mit einem respektvollen sehr 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 respektvollen Gruß an alle Kameraden die zurzeit im Auslandseinsatz sind. Ganz besonders der Truppe in Afghanistan wo ich jetzt momentan über soziale Netzwerke einige Kontakte habe und deren Sorgen und Nöte nur zu gut kenne. Aber kommen wir zurück zu Herrn Werner Michael Heuss, auch genannt, der alte Mann, der ja 1978 im August seinen Einzelhandelskaufmannsbrief in der Tasche hatte, in dem großen Supermarkt auf der anderen Rheinseite in Bonn-Boll keinen Platz bekam, weil er noch nicht bei der Bundeswehr war und kurze Zeit später kam auch meine Einberufung. Erst war die Musterung, dann kam die Einberufung und ich weiß es noch wie heute an einem schönen 2. April 1979. Ich bilde mir ein, es war ein Dienstag, stand ich ganz fröhlich mit vielen jungen Leuten zusammen in Köln auf dem Hauptbahnhof und dann kam der Sammeltransporter und hat von vielen anderen Städten auch noch junge Menschen eingeladen und ich war zuversichtlich. Meine Erwartung lag irgendwo so zwischen, in der Mitte zwischen der wohlbehüteten Zeit bei der Großmutter und den Querellen im Haushalt meiner leiblichen Mutter und meines Stiefvaters. Und damit lag ich unterm Strich gar nicht so verkehrt. Irgendwann landete dieser Zug an der Endstation und dort stand am Bahnhof Munster, Lüneburger Heide. Rund 320 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Es sah ganz gut aus und ich kam in eine Einheit. Das war nicht irgendeine Einheit, sondern ich wurde am 2. April 1979 eines der kleinsten Rädchen in dem großen Räderwerk des Panzergrenadier Lehrbataillons 92. Und wir waren auch nicht in irgendeiner Kaserne, sondern wir waren Teil der Panzertruppenschule Munster. Die Panzertruppenschule bildet Unteroffiziere, Offiziere des Heeres aus riesiger Schulungsbereich. Und im vorderen Teil der Kasernenanlage, die sich da nennt Panzertruppenschule, lag das Panzergrenadier Lehrbataillon 92. Das ist dort heutzutage schon lange nicht mehr. Und ich kam. Damals gab es noch eine Ausbildungskompanie. Die gibt es heute auch nicht mehr unter diesem Namen. Und es war die Ausbildungskompanie 408. Und es war ein herrliches Abenteuer. Ich formuliere es mal so. Und zwar stand ich da, kurz vor meinem 20. Geburtstag. Es erfolgte die Zugeinteilung, dann erfolgte die Gruppeneinteilung. Und mein Gruppenleiter stand vor mir, guckte mich chemisch an und stellte sich vor, als Stabsunteroffizier sowieso, 18 Jahre alt und so eine riesengroße Berliner Schnauze. Das war insofern ein Ding, in Anführungszeichen, weil Bürger von West-Berlin überhaupt nicht der Wehrpflicht unterlagen. Der musste sich also freiwillig gemeldet haben und im zarten jungen Alter. Der Stabsunteroffizier hieß damals, er musste schon mindestens zwei Jahre dabei sein. Und wie gesagt, das Bengelchen war 18 Jahre alt und der konnte schreien. Mein lieber Herr Gesangsverein, was konnte der schreien? Wir sind dann aber später hin ganz gute Freunde geworden. Ich hatte riesiges Glück, muss ich sagen. Während der Grundausbildung, die normalerweise drei Monate dauert, war ich nur sechs Wochen in der sogenannten grünen Ausbildung. Wir waren ja Grenadiere und Grenadiere, wenn man so im Bundeswehrjaggon nach außen irgendwo sich unterhalten hat, dann waren wir ja nichts anderes als Spatenpaulis. Wir hatten einen Klappspaten und damit haben wir im Notfall oder im Gefechtssituation eben Gräben gebuddelt, um uns und die Kameraden zu schützen. Das war eben halt so. Zu späteren Zeiten, wo ich an Lagerbesprechungen teilgenommen habe, viele Jahre später, da habe ich dann immer, wenn wir schießen verbundener Waffen, also mit Artillerie, mit Panzer, mit Pionieren, mit Fernspieltrupp und so weiter, dann habe ich bei der Lagerbesprechung immer gesagt, wenn die gesagt haben, ja, die Grenis, die machen wieder dies und das und jedes, dann habe ich mal wieder gesagt, Herr Oberstleutern, entschuldigen Sie bitte, Sie wissen ja ganz genau, wir können als Grenadiere nicht tiefer buddeln als 80 Zentimeter. Beim ersten Mal guckten die natürlich alle, weil die haben gedacht, ist der jetzt ein bisschen durchgeknallt oder wie auch immer. Dann haben die gefragt, wie kommen Sie denn da drauf, Herr Oberfeld? Dann habe ich gesagt, ja, nach 80 Zentimeter treffen wir auf die ersten Pioniere. Wunderbar, großes Gelächter und tralala. Aber das sind so Interna für die Leute und heute ist mein Ziel, mal ein bisschen mit 30 Jahren Abstand diese Zeit Revue passieren lassen, die ich genossen habe. Erstens mal, ja, das ist heute was, was die heutige Jugend vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen kann. Was man bei der Bundeswehr lernt, wirklich lernt, das ist an erster Stelle Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl, der eine für den anderen einstehen. Dazu kommt auch noch ein bisschen Ordnung. Ich spreche jetzt vom Bettenbau in der Stube. Die mussten nach einem ganz bestimmten Schema gemacht. Und das war aber alles irgendwo logisch aufgebaut und man konnte jede einzelne Handlung wirklich erklären. Und was mich über die ganze Bundeswehrzeit fasziniert hat, mein Jahrgang, also ich war ja 1979 bis 1991, also die guten 80er Jahre im Prinzip. Wir haben noch ein Ausbildungsmodell praktiziert, das kann man beliebig überall anführen und dieses Ausbildungsprinzip hieß VENUE, V, E, N, UE wie Ölzen, das V-Stand für Vormachen, das E für Erklären, das N für Nachmachen und das UE als Ü für Üben. Und was anderes braucht man nicht, um einen Ausbildungsplan zu machen. Wenn man sich da dran hält, dann kann man eigentlich jedem beinahe alles beibringen. Mein Stabsunteroffizier, Gruppenführer, den habe ich ungefähr nach 14 Tagen geknackt, der hat für sein Leben gerne gebrüllt, aber wirklich in einer Lautstärke, wie so ein Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt, den du auch so 500 Meter weiter noch hörst. Und diejenigen, die vom alten Schlag sind, es war immer so, wenn man irgendwo zu einem Vorgesetzten zitiert wurde, wenn man irgendwo hinkommen musste, da gab es immer nur eins, Gruß, Meldung, Gruß. Ja, also wenn der mich jetzt gerufen hat, dann musste ich antanzen. Gruß, Panzergrenadier Heuss, meldet sich wie befohlen, Herr Stabsunteroffizier, nochmal Gruß, Feierabend. Und wenn der mir auf den Keks ging, in Anführungszeichen, weil er wieder dummes Zeug rum durch die Gegend schrieb, dann bin ich gekommen, habe mich hingestellt, Panzergrenadier Werner Michael Heuss meldet sich wie befürchtet, ohne besondere Vorkenntnisse, Herr Stabsunteroffizier. Dann ging der ab wie ein Zäpfchen. Er hat dann auch mal bei einem anderen Vorgesetzten eine Stufe höher oder zwei Stufen höher auf die Tränchendrüsen gedrückt. Leider hatte der gute Mann aber keine Argumente, weil ich habe ja gesagt, melde mich wie befürchtet. Ich war insofern befürchtet, als dass ich ziemlich schnell das System erkannt hatte und angefangen habe, den Bundeswehrkalender zu lesen. Der Bundeswehrkalender im Prinzip ist ein so 1,20 Meter, so ähnlich wie, kann man sich vorstellen, wer das kennt, Fremdsprachenübersetzungsbücher. Ja, die sind meistens so breit und nur so hoch und haben so kleine Blätter. Ich habe angefangen, das zu lesen. Ich habe in meiner Freizeit immer viel gelesen, habe ich dann so eingelesen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das wurde im Laufe meiner Zeit bei der Bundeswehr wurde das geändert. Es gab eine zentrale Dienstvorschrift 3-17. Da stand tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz, da stand drin, ab einer Wassertiefe von 1,20 Meter hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegung anzufahren. Das ist ja faktisch, faktisch war das vollkommen richtig. Aber wenn man das gelesen hat, dann hat man so im ersten Moment gedacht, sagen wir, wollen die mich jetzt hier verkaspern? Und ich habe genug Menschen kennengelernt, die überhaupt nicht schwimmen konnten, die bei der Bundeswehr kamen, denen man wirklich noch Schwimmen beibringen musste. Das war noch eine ganz andere Geschichte. Aber da möchte ich kein Tor finden. Ich hatte dann also das riesige Glück, nach sechs Wochen wurde ich zum Einheitsführer gerufen und dann wurde mir mitgeteilt, zopp, ab übermorgen bist du in die Fahrschule. Schwupp, guck, und dann wurde ich Fahrschüler. Mein Fahrschulfahrzeug, die wirklich ganz, ganz alten, aber da müssen diese Leute müssen jetzt schon mindestens 65 oder 70 plus Jahre alt sein, die kennen das noch. Ich habe auf dem alten MAN noch gelernt, auf dem ganz alten, mit Kuppeln, Zwischengas, Einkuppeln, Auskuppeln und so weiter. Es war herrlich. Wir waren drei Fahrschüler und ich hatte ja nun schon einen Führerschein fürs Auto. Das war irgendwo, sagen wir mal, ein Vorteil. Die anderen beiden Kameraden, Fahrschüler, hatten gar keine Fahrpraxis. Der eine hatte einen Führerschein angefangen, der andere überhaupt gar nichts. Und der Fahrschullehrer, darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber der ist, den gibt es auch nicht mehr auf dieser Welt. Der war nicht nur Fahrschullehrer, sondern der hat auch noch nachts gearbeitet. Und zwar gab es in Munzer eine NATO-Straße mit so gewissen Etablissements. Und eins davon hat der als Geschäftsführer bewirtschaftet. Also der ist immer erst morgens so um vier oder was ins Bett. Und um sieben Uhr, fünfzehn oder dreißig, fing die Fahrschule an. Und dann war der gute Mann etwas übermühlt. Und dann hat der gesagt, Werner, du fährst bis da und dahin. Gut, alles klar, habe ich gemacht. In der Zwischenzeit war der dann, ich konnte doch einfach so fahren. Der hatte sich das beim ersten Mal angeguckt. Und ich habe auf dem Ding, also nach 30 Minuten war das so, als ob ich noch nie woanders drauf gesessen hätte. Und das Fahrzeug war für mich ein reiner Selbstläufer. Und dann, und das darf man eigentlich heute gar nicht erzählen, das war in Anführungszeichen das, was man heutzutage gemeinhin als harte Sau bezeichnen würde. Der eine, der war wirklich, aber der konnte nichts, der war ein ganz lieber Junge, kräftig, ein Bodybuilder, der hatte damals schon einen stahlharten Körper. Der konnte schuften, wie, also sowas habe ich viele Jahre nicht mehr gesehen. Aber der war irgendwo ein ganz kleines bisschen zurückgeblieben. Der kriegte da weder die technischen Details richtig in der Reihe, in der Fahrstuhl mussten wir ihn auch mal pimpen, damit er so die Verkehrszeichen, aber ganz im Rande. Und der war mal der Letzte, der gefahren ist. und der hatte so ein paar Schlüsselstellen, da kam der einfach nicht um die Kurve rum oder sonst was. Und wenn dann unser Fahrtschullehr richtig böse war, da hat er gesagt, da ist ihm der Motor verreckt. Irgendwo mitten auf der Straße ist ihm der Motor verreckt. Da hat er gesagt, absitzen. Gehen Sie hinten zum Auspuff, dann ist er hinten zum Auspuff und brüllen Sie drei, liebes, liebes Getriebe, ich tue es nie. Nie wieder. Und einmal, und da hat er von mir richtig Ärger gekriegt, da hätte ich schon beinahe eine gescheppert, da hat er in dem Moment, wo der hinten sein Sprüchlein ablatt, der kannte das schon, da hat er schon ein paar, da machte der, startete der den Motor und der saß da hinten hin. Und das, überlegt mal, heute Diesel-Skandal, das war 1979, schnippi schnappi, ja, das war im Grunde genommen grobe Körperverletzung, aber okay, ist lang her. Aber nur mal, um so zu sehen, welche Macht Leute ausüben können und wie, wie schlecht sie damit umgehen. So, da machte ich meinen Führerschein, dann kam ich in eine, das nennt sich Transportgruppe und zwar habe ich dort mit Masse bewegt, Munition und Betriebsstoff, Betriebsstoff, das ist Diesel und Benzin, habe auch später die Tankstelle des Bataillons verwaltet und dann, ich wollte immer irgendwie weiter. Es gab in, in meiner Einheit noch eine Mörser-Kompanie und die Mörser-Kompanie hatte einen eigenen Munitionstrupp und da ich, äh, ja, einiges vom Flurfunk mitkriegte, ganz einfach, weil ich immer versucht habe, irgendwo am Ball zu bleiben, ich bin also, ja, ich habe immer versucht, meine, die richtigen Informationen rauszufiltern, das ist ja auch eine hohe Kunst in dieser Zeit, ja, es gab auch damals schon, natürlich nicht diese Internet, gab es ja nicht, aber es gab immer, der eine tuschelt hier, der andere tuschelt da und aus all den Informationen das Wichtigste rauszufiltern, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich hörte auf jeden Fall die Glocken läuten, dass irgendwann eine Zusammenlegung von zwei Dienstposten zu einem erfolgen sollte und ich muss zur Vorgeschichte erstmal sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter vorgeprescht. Ich hatte als W15er, damals war 15 Monate Wehrpflicht, ich hatte also Mitte November das sogenannte Bergfest und meine Vorgesetzten waren von mir, die sind mir wirklich schon zwei, drei, vier Monate immer hinterher gelaufen und haben mir gesagt, Werner, Werner, mach Zeit zu da, wir können dich hier brauchen, wir fördern dich, wir machen, wir tun und ich war immer irgendwie, ich wollte zurück zur Oma, sag ich jetzt mal so ganz ehrlich und dann irgendwann haben sie mich gekriegt und dann habe ich unterschrieben, erstmal für zwei Jahre, dann vier Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre und nun stand ich in der Situation, ich wollte in diese Mörsereinheit, habe dann auch geschafft, da hinzukommen und hatte dann wirklich das Glück, später wurde der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Posten, VU, Versorgungsunteroffizier und der Munitionsunteroffizier, die wurden zusammengelegt zu einer Stelle und zwar hieß die damals Versorgungsdienst Feldwebel, das hieß, man konnte in die Feldwebelschiene rein, ich habe also ungefähr sechs Monate während meiner Dienstzeit in Bremen verbracht, da sind die ganzen Versorgungsschulen, habe dort Lehrgänge besucht, habe meinen Unteroffizier gemacht, habe meinen Feldwebel gemacht, ich hatte bis auf ein Fahrzeug, konnte ich alle Fahrzeuge des Bataillons bewegen, egal ob das ein MTW war, also ein Panzer mit Mörser drauf, Schützenpanzermader, sämtliche Radfahrzeuge und so weiter, ich bin viel gefahren, viel gemacht, ich kenne die gesamten Versorgungsabläufe, zumindest wie sie in den 80er Jahren war, da gab es auch keine PCs, wir haben alles über Versorgungsnummern gemacht und so weiter, ich habe nebenbei auch, war ich auch in der Mörserei, ich war auch im Grenadiergeschäft, ich kannte alles, ich habe den Kompaniefeldweber, den Spieß zeitweise vertreten und vor allen Dingen war ich während meiner gesamten Unteroffizierslaufbahn, war ich Vertrauensmann der Unteroffiziere und habe mich für alles Menschenmögliche eingesetzt, angefangen von ganz normalen dienstlichen Sorgen, dass irgendwo Missstimmungen zwischen Vorgesetzten untereinander war oder sei es private Probleme zu Hause, mit der Ulla, ich habe Eheprobleme gelöst, dies, das und jenes und ich war immer glücklich und zufrieden mit meinem Job, der hat mich ausgefüllt, ich habe gutes Geld verdient, das ich auch brauchte, warum erzähle ich euch im nächsten Teil, und ich habe mich bei der Bundeswehr, ich habe wirklich gedacht, irgendwann habe ich das Glück und werde Berufssoldaten übernommen, weil das ist der riesengroße Unterschied zwischen Bundesgrenzschutz, wo man dann mit 27 oder 28 sich gar nicht dagegen wehren kann, auf Lebenszeit verbeamtet zu werden, genauso Polizei, bei der Bundeswehr ist es so, von seiner, oder war es so, wie es heute ist, habe ich keine Ahnung, Es war so, in den letzten drei Jahren, bevor die befristete Zeit ablief, konnte man einen Antrag stellen auf Übernahme in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten und dann hat der Bund als Ganzes, als bundesweite Einrichtung geguckt, wie viele Planstellen haben wir in dem und dem Bereich, wie viele Bewerber haben wir und dann wurden bestimmte Kriterien, Beurteilungen, sportliche Leistungen, Schießleistungen, dies, das, jenes, alles wurde in Punkte umgerechnet und dann wurde ganz genau geguckt, also bei mir war es, um es auf den Punkt zu bringen, es waren 100 und 21 Bewerber auf 22 Planstellen und ich war in der Rangliste auf Platz 23 und damit war ich dann nach zwölf Jahren raus und stand mit mehr oder minder Tränen in den Augen in der freien Wirtschaft. Wie sich das entwickelt hat, erzähle ich euch auch später, weil die Zeit ist wirklich fortgeschritten und ich möchte euch heute auch wieder etwas auf den Weg geben. Ich habe ja immer gesagt, ich habe euch ja vorhin gesagt, ich habe immer versucht, irgendwas zu erreichen und um etwas zu erreichen, da muss man einerseits den Hintern hochheben und andererseits ehrgeizig sein, aber auch über ein gewisses Selbstvertrauen verfügen. Und ich habe darüber auch 2016 geschrieben und da möchte ich euch heute kurz mal mitteilen. Selbstvertrauen ist ein hohes Gut. Es erfordert Persönlichkeit und Mut. Sich aktuellem nicht verschließen. Da können neue Kräfte fließen. Das Leben fordert dich jederzeit und keiner hilft dir weit und breit. Drum packe selber dich am Schopf. Vor allem bewahre kühlen Kopf. Läuft dir eine Laus über die Leber oder ärgert dich dein Arbeitgeber, die denken, es trifft dich so richtig. Bleibe cool und mach dich wichtig. Denn lieber Leser, lieber Hörer, bitte merke, fordert etwas persönliche Stärke. Es reicht oftmals voll und ganz eine Prise souveräne Arroganz. Ich komme immer mal wieder auf dieses Wort souveräne Arroganz zurück. Für heute, ich bedanke mich heute wirklich für euer langes, langes, langes Ohr. Aber es war mir, ich könnte stundenlang über die Bundeswehrzeit erzählen, aber es war mir wichtig, wie gesagt, für die Kameraden, die jetzt im Ausland festsitzen, mehr oder minder, wirklich meinen Respekt nochmal zu bekunden und egal wer es ist, welche Menschen es sind, euch allen da draußen, wie jeden Tag, das ist mir eine wahre Freude. Ich drücke euch beide Daumen, aber sowas von fest. Toi, 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 toi. Bleibt, behaltet den Kopf oben und bleibt gesund. und ich sag bis dann, euer alter Mann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.